Musik Musik Schnittke, was machen Sie denn da? Das ist hier kein Spielplatz. 10.912 Mark und 13 Pfennig. Sie müssen nur noch unterschreiben und die Bank auch. Schnittke, gehen Sie zurück hinter den Schalter. Hier vorne haben Sie nichts verloren. Entschuldigen Sie, Herr Kürzel, ich bin schon fertig. Ich dachte, Sie müssen nur den Einzahlungsbeleg unterschreiben. Ich weiß, was ich zu tun habe. Musik Sie wurden verprügelt. Ich habe das doch gehört. Musik Was ist mit Eileen? Was ist passiert? Ich baue meinen Wohnwagen mit, Bettina. Soll ich Ihnen jetzt im Detail erzählen, was passiert ist? Ich bitte darum. Wir haben gevögelt. Zufrieden? Wir sehen uns jetzt. Und ich hoffe, es ist ein, was passiert. Das ist ein, was passiert. Wir sehen uns, was passiert. Ich bin ein stupider Sock-Ton. Ich bin ein, was passiert. Richtig ist, wie immer ich. Ich bin ein, was passiert.